Aber ich kann nicht verstehen, warum bist du automatisch gleich mit tot? Ja, wenn du tot bist, bin ich auch tot. Nein, das ist scheiße. Das ist in Koop nun mal so. Oh, ich bin gleich wieder im Körper des Feindes. Also nicht gleich auf mich spallern hier. Das hab ich schon getan. Ah, was verwirrt, he? So ein bisschen. Aber steht immer mein Name drüber, von daher. So, ähm, geht's nie weiter. Frag ich mich grad auch, aber es geht hier in die Richtung. Oh. Wow, wow. Schon wieder perversen Pisser da hinten. Ich könnte mir die Sniper holen. Alter. Nein, Granate. Boah, ich brauch die Seelen, ich brauch die Seelen, schnell. Boah, das war knapp. Ich will den Körper nicht sofort wieder verlieren. Alter, Alter, Alter. Alter, Falter, was geht denn hier ab? Ich geh um mich voll ab. Alter. Du hast es, nein, du hast es noch, nein. Warte, ich, ich geh auch wieder hoch. Oh, scheiße. So, jetzt kannst du. Sag doch, dass du liebst. Hab ich doch. Echt? Mein ich. Boah. Schon wieder in den Tod gesprungen. Nein. Das gibt es nicht. Warum gibt es hier einen Abgrund? Damit man die Spieler trollen kann. Aber sowas von. Mhm. You wanna be trollen. Warum hängt hier eine Waffe in der Luft? Und warum registrieren mich die Gegner so schlecht? So, und jetzt mal ganz schnell. Nein, nein, nein. Keine Elektroner. Alter, was so? Alter, kommt der hier aus der Wand gejumpt, oder was? Ist ja schon wie... Wie die Typen aus Silent Hill. Alter. So. Lebt du noch? Ja, ich lebe noch halbwegs. Ich hab nur grad jemanden mal so ein bisschen zum Stillhalten verdonnert. Oh. Oh, scheiße. Ich muss mal in Deckung gehen. Äh, hier ist keine gute Deckung. Warte, ich schmeiße mal eine Kanade hoch. Schnell Körper auch mal nehmen. Hallo. Lenk du ihn ab, ich geh hoch. Und T-Beutel ihn. Ja. Ich... Alter. Stirb doch mal. Nein, 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 nein. Weiter, wie schnell ist der? Der stört nicht. Jetzt ist er tot. Ich hab hier unten noch einen Vergegner. Scheiße. Warum bin ich tot? Ich bin tot, ich bin abgeschüttet. Oh man, jetzt... Jetzt hatte ich ihn grad. Jetzt hatte ich ihn grad. Jetzt hatte ich ihn grad wirklich... Da ist ein Abgrund gewesen. Ich hab den Abgrund gar nicht gesehen. Oh man, das ist scheiße. Ja. Aber da war ich grad perfekt, aber wirklich perfekt durch. Ich war schon beim Helix. Jetzt weiß ich wenigstens auch, wo der Abgrund ist. Oh. So, diesmal schaffen wir's. Hoffentlich doch. Ja, sonst wird's hier... Keine Ahnung. Ich muss sowieso immer gucken, wie ich die Parts aufteile. Vorsicht. Nein. Ach, ich kümmere mich mehr um diese Spacken. Ja. Ach was. Ich hab Zeit, dich wiederzubeleben. Weil ich steck ja eh in einem anderen Körper. Da kann mir nicht wirklich viel passieren. Außer, dass ich den Körper verliere. Und da müssen sie nochmal mich down schießen. Und das dauert. So, soll ich wieder auf den ballern? Ja, du ballerst wieder auf den. Und ich... So. Das ist überraschend. Jetzt. Mist. Ich krieg den auch nicht hier irgendwie... Da. Den Kerl schieß ich in die Eier. Äh... Scheiße. Du könntest mal hochkommen, ich bin, äh... Na, ich schaff das bestimmt nicht rechtzeitig. Komm hoch, auf jeden Fall. Versuch, versuch, versuch. Ja, ich werd hier abgeschossen. Obwohl... Ja, ich bin so hoch. Ja, ich bin so hoch. Ich komm noch. Ich bin noch da. Ich bin noch. Nein, ich war da. Ich musste nur schnell Kontrolle von der Typen erlangen, weil ich sonst auch gestorben wär. Und das dauerte dann noch so... Oh, eine Sekunde. Das war eine Sekunde. Ich war da. Oh. Oh, den hab ich in die Eier geschossen. Der hat sich... Der hat sich die Eier festgehalten. Ja, ich glaub, das war's dann wohl mit dem Homekindergarten. Ja. So. So, Granate! Wieso hat die nichts gebracht? Sonst sind die Granaten noch immer so effektiv. Scheinbar in diesem Teil nicht, hä? Äh, ne. Bring nicht viel. Das ist ja scheiße. Vor allen Dingen, weil die Trefferquote der Granaten auch so niedrig ist. Ja, diesmal bleib ich nicht hier einfach stehen. Ich lauf einfach weiter. Ich geb' ihn schon mal jetzt... Nein, nein! Oh. Ich dachte, ich stürze wieder ab. Scheiße. Aber du bist so weit weg. Nicht, dass du hier... Ach, jetzt bin ich schon wieder hier, ey. So. Da bin ich schon wieder da? Ah, ein Pisser. Zwei Pisser. So, und jetzt, äh, lenke ihn ab. Warte, ich muss hier erstmal... Damit ich ihn noch ablenken kann. Wo ist er denn? Oh, hier oben. Wo ich hinlaufe. Alter, ich seh nix. Mir wird grad irgendwie alles schwarz vor Auge. Jetzt weiß ich auch warum. Äh, holt ihr den Körper da? Ich kann noch nicht... ...Körper holen. Das ist ja das Problem. Ich muss immer ein Stück warten, bis ich wieder einen Körper holen kann. Aber ich kann dich schützen. Aber auch nur ein bisschen. So. Scheiße, scheiße, scheiße. Rettet mich. Na, komm. Übernehmen die Gott. Ah, Mist. Nein, Hilfe. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Ich liege hier. Schnell. Ich schling die ab. Ah, scheiße. War zu offensichtlich, war zu offensichtlich dieses Sven. Konnti. Das müssen wir doch schaffen. Das Problem ist einfach nur... Hm? Es ist einfach ein Problem, dass da ein Typ hier da einfach so ultra viel Damage mit seinem Scheiß, äh, Elektroscheiß da macht. Sonst würde ich da eigentlich nicht so durchwaschen können, aber... Ist klar. Boah, den Abschnitt müssen wir doch langsam mal hier, äh... Was, ich... Ich scheiße auf diese Pisser, ganz ehrlich. Hier. Kann das nicht explodieren? Oh, Mann. Ich scheiße auf die Granat. Ja, die bringt ja sowieso nicht mehr so viel. Ich hol mir noch mal einen schönen Muni. Okay. Ja, war auch keine Muni für mich dabei, toll. Oh, hier ist was zum Explodieren. Oh, das bist ja du. Ja, komm, Gegner, war noch. Du meinst, da sterben Gegner und fallen runter. Alter. Achte auf deine Seelen, ne? Ja, ich glaube, mein Körper verabschiedet sich. Und schüss. Wow, 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 er schmeißt schon wieder seine Kackkana. So, ich verstecke mich mal kurz, um mich ein bisschen aufzuladen. Damit ich wieder den Körper kontrollieren kann, weil ohne Körper schaffe ich das hier nicht. Pisser! Ah, stirbt! Alter! Jawohl! So. Oh, scheiße, ich muss runter. Na? Jetzt kontrolliere ich. Warte. Den da. So. Jetzt reicht's mir. Alter, jetzt kriege ich hier... So. Jetzt Rage-Mode. Gut, jetzt reicht's. Jetzt hole ich mir den. Jetzt kaufe ich mir den. Nein! Ich war auf dieser Plattform und... Das ist doch scheiße. Ich bin gerade fast bei dir und dann werde ich von der Plattform runtergeschubst. Das ist der Scheiß einfach. Oh, Mann. So. Das müssen wir doch schaffen hier. Ja. Das muss geschafft werden. So. So. Die kaufe ich mir jetzt. Jetzt... Jetzt Rage-Mode. Oh, richtig Rage-Mode. Oh, Mann. Du hörst dich gerade wirklich an wie ein Emo, der gerade auf Geschlechtszüge ist. Also auf Sex. Was? Ja, du hörst dich an wie ein Elch, der gerade wirklich auf Sex hinzufüge ist. Tja. So. Warte noch. Komm her. Alter, warum tötet die das nicht? Ich so ehrlich. Das ist auf ihm gefallen. Das sah aber geil aus. So. Alter. Pass auf, Wunden. Warte, den snack ich mir. So. Oh, Alter. Geh weg. Geh weg. Du Scheißding. Nur nicht wieder runterfallen. Alter. Bleib hier. Ich. Mag dich nicht, du Scheiß-Drex. Wie? Pass auf, hinter dir da. Den habe ich gelünscht. Ich bin kurz davor oben zu sein. Gib mir mal ein Schild. Okay, hier. Oh, Scheiße. Ich muss hier... Ich musste mal eben hier jemanden kontrollieren. Scheiße. Und ich habe ihn wieder ausgeschissen. Boah. Ja. Haben wir ihn? Ich habe ihn jetzt. Ich habe ihn. Warum? Oh, ich will da hoch. Er verzieht sich normal. Boah, jetzt geht er mit seinem Elektro. Ja, wir haben ihn kaum. Ich komme da irgendwie nicht hoch. Warte. So. Ah, jetzt. Jetzt komm, lass uns zum Hiebchen. Wie kann ich auch irgendwie... Nee, ich kann keine Granaten. Oh, boah, Alter. Ah, ja. Ja. Oh, ho, ho. Ah, das ist so ein schönes Panorama. Hallo. Ach so, ich dachte, er lernt jetzt gleich beide. Alter, der lernt jetzt fliegen. Ich hoffe nur, dass du dich an deine Flughause betrachten musst. Das finde ich sehr intelligent. Ich habe nicht eine Sekunde an dir gezweifelt. Danke. Finde ich sehr gut, dass du mich an dir gezweifelt hast. Boah, Alter. Das war jetzt aber ein langer Part. Aber sowas von. Du hast Fettel für diese Mission freigeschaltet. Yeah. Boah. Diese Runde habe ich aber mega abgeschissen. Yeah. Lieblingssohn. Diesmal war ich der Lieblingssohn. 24.810 Punkte. 18.110. Yo. Voll verschissen. Ja. Und wir sind auch knapp unterm Zeitlimit. Guckt es mal an. Acht Sekunden. Obwohl wir so oft verkackt haben. Missionszeit 21. Was? Kann nicht sein. Ja, kann auch nicht sein. Weil ich denke mal, die Zeit, wo wir sterben, wird da nicht mitberechnet. Hoffe ich zumindest. Ja, Leute. Also ihr seht, Skill ohne Skill ist gleich Skill. Also geile mathematische Rechnung für Skill. Jo. Dann würde ich mal sagen, was das doch erstmal. Von den Parts, die wir da aufgenommen haben. Ja. Müssten mindestens drei sein. Na, bei mir würden sie wohl in 10 Minuten Parts gestückelt werden, weil ich ja nächste Woche auf Abschlussfahrt bin, Leute. Also, wenn ihr die Videos seht, ich bin in London. Langweil mich zu Tode. Und ihr seht die Parts. Ich werde sowieso immer nur so am Wochenende die Parts raushauen. Oder mal gucken. Ja, ich muss auch gucken. Aber auf jeden Fall werdet ihr den ersten Part. Wenn ihr das jetzt hört, ist der erste Part ja schon extra außen gewesen. Und der erste Part kommt nämlich, oder kam jetzt am Samstag. So, dann würde ich euch bitten, den Zveneta ein Däumchen nach oben da zu lassen. Und vielleicht auch gleich ein schönes Fabo. Yay. Dir natürlich auch. Und dann würde ich sagen, Kanallinks sind unten in der Videobeschreibung. Und danke fürs Zuschauen. Euer Grogge. Jo, bye bye. Euer Zveneta. Jo, bye bye.